Guten Tag. Ich bin Herr Kartoffelkopf. Heute Morgen bin ich auseinandergefallen. Alles, was ich noch habe, ist mein Mund. Mein Mund hat viele Zähne, zwei Lippen und eine Zunge. Deshalb kann ich immer noch sprechen, aber es ist ein bisschen schwierig, irgendetwas anderes zu tun. Ich hätte es viel lieber, wenn ich stehen könnte. Ich muss mich wieder auf die Beine stellen. Ah, ich kann jetzt stehen oder laufen. Meine Beine helfen damit. Leider kann ich kein Fahrrad fahren. Meine Beine sind zu kurz und meine Füße sind aneinander geklebt. Am Ende meiner Beine befinden sich meine Füße. Man kann sie nicht sehen, aber am Ende meiner Füße befinden sich meine Zehen. Unter meinem Bauch habe ich meine Hüften. Zwischen meinen Hüften und meinen Füßen befinden sich meine Knie. Ich weiß, dass diese Körperteile da sind, aber ich kann nichts sehen. Meine Augen liegen irgendwo auf dem Boden. Vielleicht kann ich pfeifen und sie werden zu mir kommen. Jetzt kann ich euch sehen. Ihr seid schön. Wenn ich Augenlider hätte, würde ich zwinkern. Ich fühle mich besser, aber ich kann nicht riechen. Wo ist denn meine Nase? Aha, da ist sie. Was ist denn das? Ich habe etwas unter meiner Nase. Das ist ein Schnurrbart. Ich glaube, mein Gesicht ist fast komplett. Ich habe zwei Augen, eine Nase, einen Mund. Was? Was habt ihr gesagt? Ich kann euch nicht hören. Oh, jetzt verstehe ich. Mir fehlen meine Ohren noch. Warum seid ihr so laut? Ihr sollt still sein. Ich will meine Ohren rausziehen, aber ich habe keine Hände oder Arme. Ich habe zwei Arme. Jeder Arm hat eine Hand. Jede Hand hat fünf Finger. Ich habe auch zwei Schultern und zwei Ellenbogen. Ich habe alles, was ich brauche. Ich bin glattköpfig, deshalb trage ich normalerweise einen Hut. Ich habe keine Haare. Ich bin zu kurz und zu dick, um einen Bauch oder eine Brust zu haben. Aber alle anderen Körperteile habe ich wieder zurück. Hier sind sie alle zusammen. Der Kopf Das Ohr Das Auge Die Nase Der Mund Der Zahn Die Zähne Die Lippe Die Lippen Die Hüfte Die Hüften Das Knie Die Knie Die Knie Der Fuß Die Füße Die Zehe Die Zehen Das Bein Die Beine Der Arm Die Arme Der Ellenbogen Die Ellenbogen Die Hand Die Hände Die Hände Der Finger Die Fänge Die Schulter Die Schultern Die Lippen 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 Die Lippen